Kristalle müssen nicht immer so farbenprächtig und ansprechend aussehen wie bei Schmucksteinen. Am Kristallografischen Institut werden Kristalle gezüchtet, die vor allem eines sind, nützlich. Mit dabei ist Tina Sorgenfrei. Genau, wir sind weniger auf der optisch ansprechenden Seite, sondern mehr auf der technologischen Seite. Hier in dem Experiment, über das wir hier jetzt sprechen, untersuchen wir ein Mischsystem aus Germanium und Silizium. Silizium kennt man von den Mikrochips und den Solarzellen. Germanium ist in der Elektronik schon lange bei Dioden ein Begriff. Beide zusammen gemischt und auf 1000 Grad erhitzt ergeben eine Schmelze, aus denen man die nützlichen Kristalle züchten kann. Dieses Mischsystem ist sehr interessant, aktuell gerade im Bereich der sogenannten Thermoelektrika. Das ist auch eine Technologie aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Wird verwendet für eine Energiegewinnung aus Wärme. Also man kann Abwärme aus zum Beispiel Kraftwerken dafür verwenden, daraus wieder Strom zu ziehen. Hightech-Kristalle können entstehen, wenn eine Germanium-Silizium-Schmelze erstarrt. Was im Inneren der Schmelze geschieht, kann man an den Zellulose-Partikeln in heißem Wasser auf einer Kochplatte zeigen. Es gibt Bewegungen der Flüssigkeit, die sogenannte Auftriebskonvektion. Diese verläuft durch die Wärmezufuhr von unten nach oben. Weil auf der Erde Schwerkraft herrscht, sinken die Partikel von der Oberfläche wieder nach unten und der Kreislauf beginnt von vorn. Bei der Kristallforschung stört die Auftriebskonvektion. Deshalb lässt man Schmelzen ohne den Einfluss der Schwerkraft erstarren und beobachtet dann Kristallwachstum und Teilchenbewegungen. Diese Bewegung dieser flüssigen Phase beeinflusst ganz entscheidend die Qualität des wachsenden Materials. Und wenn ich in der Schwerelosigkeit bin, dann kann ich diese sehr dominante Art der Konvektion ausschalten. Schwerelosigkeit lässt sich durch sogenannte Parabelflüge herstellen. Damit kann die Schwerkraft durch eine spezielle Flugtechnik für gut 20 Sekunden aufgehoben werden. Zeit genug, um in einer Experimentierbox an Bord des Flugzeugs eine kurz zu vorhergestellte Germanium-Silizium-Schmelze überwacht zu Kristallen erstarren zu lassen. Jetzt sehen wir von oben hier, das ist unser Ofen. Geheizt wird hier mit Hilfe von Halogenlampen. Wir haben hier Schmelztemperaturen von um die 1000 Grad. Oberhalb dieses Ofens, in dem mittig die Probe sitzt, haben wir hier unsere Kamera, die mit hoher Geschwindigkeit die Bewegung auf der Spelze verfolgt, sodass wir hinterher sehr gut die Bewegungsrichtung und die Bewegungsgeschwindigkeit der Schmelze vor der Kristallisation auswerten können. Natürlich will die Industrie ihre Kristalle für die Mikrotechnik auch in Zukunft auf der Erde produzieren. Wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit können aber helfen, diese Produktion zu optimieren. Im Bereich der Mikrochips zum Beispiel ist es eine Herausforderung, Kristalle immer größer herzustellen, dass die verarbeitende Industrie diese Kristalle in ihre Prozesse einpflegen kann und zum Beispiel auf einem größeren Kristall in einem und demselben Schritt mehr Mikrochips zum Beispiel auf diesen einen Kristall draufsetzen kann, der dann hinterher in viele kleine Chips zerlegt wird, um damit diesen Prozess kosteneffizienter zu machen. Kristallisierungsversuche in der Schwerelosigkeit gehen nicht nur auf klassischen Parabelflügen weiter. Astronauten sollen schon sehr bald im Auftrag der Freiburger Wissenschaftler auf der internationalen Weltraumstation Kristalle züchten. Der Ofen dazu wird noch in diesem Jahr dorthin gebracht. Ich habe das, was ich vom Untertitelung des ZDF, 2020